Ihr wollt also gerade Aufgabe Ü1 bearbeiten? Sehr gut! Ich habe hier noch ein paar kleine Tipps für euch. Und zwar solltet ihr in der ersten Aufgabe den Radius des Kreises messen und anschließend den Durchmesser ohne zu messen berechnen. Das ist ganz wichtig. Ihr sollt den Durchmesser berechnen können, ohne ihn messen zu müssen. Und dazu geht jetzt am besten wie folgt vor. Als erstes zeichnet ihr einmal den Radius ein. Und diesen Radius messt ihr anschließend ab. Seid möglichst genau dabei. Das, was ihr gemessen habt für den Radius, solltet ihr dann unter dem Kreis für den Radius R eintragen. Tun wir jetzt da einfach mal nur so zum Spaß, als ob dieser Kreis einen Radius von 40 mm hätte und schreiben wir das hier hin. Dann solltet ihr jetzt da zuletzt noch den Durchmesser berechnen. Und wie ihr bestimmt bereits wisst, ist der Durchmesser ja doppelt so lange wie der Radius. Und das doppelte 45 mm, das ist natürlich 80 mm. Und das schreibt ihr dann für den Durchmesser noch hin. Kann sein, dass ihr manchmal eine Nebenrechnung machen müsst beim Verdoppeln. Das war alles zur Aufgabe 1. Und in der Aufgabe 2 auf diesem Übungsblatt solltet ihr es genau umgekehrt machen. Da solltet ihr zuerst den Durchmesser einzeichnen und messen und dann anschließend den Radius berechnen. Aber das schafft ihr bestimmt. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ich wünsche euch viel Vergnügen.